Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jedi Fallen Order und dem Beagle. Wir sind immer noch auf dem Weg zu dem Gewölbe. Und wir machen jetzt ein Scheintanwetter mit BB-8. Ich will mich eigentlich mit dem Maschinen-Channel. Natürlich ist BB-8 schneller als wir. Okay, okay. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. In der Tat. Also, wir heilen uns jetzt mal. Ich glaube, wir oben sind wir eh sicher. Aushun. Verlassen. Und interagieren. Das Gewölbe. Ich fand's übrigens sehr interessant. Kell hat's ja erwähnt. Sein Fokus auf die Macht ist gestört. Ausgelöst in der Nacht, als Order 66 entstanden ist. Ich find's schön, dass sie mit einbauen. Gänzt du wieder? Dass auch ein Trauma dazu führen kann, dass du die Macht, die du eigentlich besitzt, nicht wirklich benutzen kannst. Ganz gut gemacht. Wer du auch bist. Die Prüfung, die ich hinterließ, hast du bestanden. Und hast Zugang zum Gewölbe und dieser Aufnahme. Einem von vielen verschlüsselten Loks gespeichert in diesem Droiden. Ich bin Meister Inno Cordova. Ich kenne vielleicht deinen Namen nicht, aber deine Aufgabe. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Warum eigentlich? Weil man ihn gefunden hat? Dieser Ort, dieses Gewölbe, ist ein heiliger Tempel. Erbaut von einer vergangenen Zivilisation namens Zepho. Ich meditierte hier und erhielt eine Vorahnung durch die Macht. Eine Vision des Untergangs. Ich platzierte in diesem Gewölbe ein Jedi-Holokron. Es enthält eine Liste der Namen und Aufenthaltsorte junger Machtbegabte aus der gesamten Galaxis. Vor dir befindet sich die innere Kammer des Gewölbes, aber auch ein weiterer Test. Ich vertraue das Holokron nur jemandem an, der meinem Weg gefolgt ist und ihn auch versteht. Suche die versteckten Gräber der drei Weisen und lerne die Geheimnisse der Macht wahrzunehmen, so wie es einst die Zepho taten. In diesem Droiden findest du alles Nötige, um bei dieser Reise erfolgreich zu sein. Geh zur Heimatwelt der Zepho. Dort wirst du Frieden finden im Auge des Sturms. Viel Glück, Jedi. Und möge die Macht mit dir sein. Dann warst du wohl der jemand, den ich treffen sollte. Sofie? Weißt du, ich war allein und das ist ja ziemlich lang. Ohne jede Aufgabe, nur versteckt. Das ist kein Leben. Nicht für ein Jedi oder ein Droiden. Vielleicht hat es hier recht. Das Verstecken hat ein Ende. Hey. Kommst du mit zu ein paar Freunden von mir? Da freut er sich. Ja, hatte ich auch ja schon am Anfang gesagt. Es war einmal vor langer Zeit. Zepho. Ähm. Okay. Oh nein, das... Ja, wir haben so viel zu lesen in der Theorie. Ihr dürft mir gerne verraten, ob ich euch das mal alles vorlesen soll. Vielleicht mache ich das auch, ähm, am Ende eines Parts und lese sie dann vor. Dann können die, die können Bock darauf haben, abschalten. Ach, schreibt mir die ein gar nicht schlechter Gedanke. Huuuuh. Oh Gott, nicht schon wieder so ein... Ich bin voll reingerollt. Ah. Wieso bin ich nicht ausgerufen? Au. 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 Ach, kacke. Oh, das Spiel wird böse. Halte L1. Ja. Schild benutzen. Mhm. Kacke. Und ich dachte, ich hätte schon was geleistet, weil ich einen so eine Kröte besiegt hatte. Naja. Naja. Der Kerl rutscht jetzt für mich lässig runter. Na, du dämliche Kröte. Oh, ist doch nett, dass ich... Ja. Ah, auswischen, auswischen. Ah, warum ist der jetzt nicht ausgewichen? Mann! Ah, weißt doch, du Depp! Nein, nein, nein. Er weicht einfach nicht aus, teilweise. Sag mal! Ach. Und das ist nur so eine doofe Kröte, ey. Was ist denn da falsch? Also, die Ladezeiten sind manchmal ziemlich inakzeptabel, gebe ich zu. Also, für eine Playstation 5 Version. Nein, 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 nein. Ah. Wenn ich in einem Angriff bin, ist das ausreichend etwas... Ah, komm, Kerl. Das war doch dumm. Ach, Mann. Es ist ätzend. Ja, weich ruhig noch weniger aus. Ist okay. Sag mal! Oh, was ist das denn? Das ist ja ätzend. Und das soll ich dann ein schwerer noch... Oh. Ja, willkommen bei Bloodborne, oder was? Oh. Oh. Also, gegen so eine Kröte hier ist das echt ein bisschen inakzeptabel. Noch einmal gegen diese dämliche Kröte. Jetzt komme ich nicht wieder weg. Oder was? Ey, ich weich aus und diese Kröte trifft mich trotzdem. Was ist denn das für eine Scheiße? Nein. Und ich kriege einfach kaum... Ähm... Kaum... XP-Punkte dafür, für diese dämliche Kröte. Ist ja mies. Na, da bin ich ja immer mal gespannt, wie das läuft, wenn wir dann, ähm... Nicht mehr auf unserem Schutzplaneten sind, sag ich mal. So, was haben wir denn hier? Ähm... Könnte ich einfach da runter? Ähm... Warte mal, da kann ich mal... Ne, hier passiert nichts, wenn ich das... Ach, da kann ich im Zweifel auch wieder hochschütteln. Okay. Verlassene Werkstatt. Aber dahin geht's nirgendwo. Na gut. Ah, warte mal, da muss ich jetzt einmal gucken gehen. Die Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Oh mein Gott, wie süß... Ah! Aha! Jetzt hab ich im Schreck gericht. Lulululu! Scannen! Mein Freund. Ja? Anscheinend waren die Sefo interessiert... An Datumir. Aha. Seltsam. Dass eine so friedliche Kultur diese Faszination hegt für einen Ort, der nur eins ist. Dunkel. Ich meine, Datumir ist ein Cis-Planet. Ähm... Ist ja nicht alles immer so ganz einleuchtend im Star Wars. Ich glaube zum Beispiel, dass, ähm... Gut, böse in Star Wars immer so eine Sache sind, ne? Anakin wäre vielleicht einfach nicht böse geworden, wenn man ihm mehr Raum gegeben hätte, sich zu entfalten. Und ihm nicht ständig gesagt hätte, dass alles, was er tut, eigentlich scheiße ist. Die haben ja von Anfang an kommen sehen... Na gut, das bringt mir nichts. Dass er, ähm... Es nicht schaffen würde. Zurück wird schneller gehen. Und das haben sie an ihm ausgelebt. So, ey, du schaffst das nicht. Pech gehabt, ne? Schön die Arschkarte gezogen. Dude. Du bist zwar der Auserwählte, aber wir glauben nicht an dich. Genauso. Und, ähm... Padma hat ja immer an ihm geglaubt. Okay, Obi-Wan würde sagen, er hat auch an ihn geglaubt, aber... Der Rest nicht. Und Anakin war jemand, der immer sehr viel... Oh, hallo. Hi. Guckt sie euch an. Hast du einen neuen Freund? Das sind kleine Bogling. Bogling sind kleine, auf Bogano heimische Kreaturen. Flinke Fluchtkünstler, die gelernt haben, auf ihren Zehen zu laufen. Mit dieser Technik können sie auf der felsigen Oberfläche von Bogano ebenso schnell die Richtung wechseln oder sprinten wie in den Sumpfgebieten des Planeten. Mit ihrem Pelz kompensieren sie die Wärmeverluste ihrer nackten Füßchen. Oh, die sind ja so süß. Oh mein Gott, sind die süß. Da kommt der Vibe in mir auf, davon Plüsch dir haben zu wollen. Tschüss. Bleibst du jetzt da oder haust du jetzt ab, wenn ich näher dran komme? Entschuldigung. Und bist du jetzt wieder da? Ist okay, das verstehe ich. Huch, ähm, kann ich da runter? Soll ich da runter? Ich seh da was, worauf ich keinen Bock hab. Boah, kann ich hier unten angreifen? Mach ich aber nicht. Mach ich aber nicht, hab ich Angst vor. Ähm, wo muss ich denn hin? Da hinten hin. Hier hin? Nee. Ähm. Wait, what? Oh, da will ich rüber. Schaff ich das? Kann er den Sprung? Huh? Nein. Okay. Kann ich irgendwie anders darüber? Das sah doch aber so aus, als wenn die sagen, du schaffst das. Naja. Aber wo muss ich jetzt hin? Ich verstehe es nicht so ganz. Ähm. Da hinten ist der Schiff, oder? Da vorne soll ich angeblich rüberkommen. Warte mal. Nee, da kann ich nichts mitmachen. Na gut. Ist gut. Ich habe Fragen über Fragen. Ähm. Das ist aber immer noch nicht der richtige Weg. Fällt mir da auf. Wie kann man auf der Karte eigentlich richtig unterwegs sein, aber nicht checken, wohin man unterwegs ist? Ah. Oh Gott, da geht es ja nirgendwo hin. Aber das ist der richtige Weg. Na gut, probieren wir mal aus. Was soll schon schief gehen, außer dass wir sterben? Ich soll laufen. Oh, okay. Bin gelaufen. Okay. Was haben wir denn hier? Achso. Hier muss was repariert werden. Kann ich denn... Zufällig hier noch was anderes. Nein. Da hat er noch ein... Hm. Was? Okay, scannen wir. Bockling Gang. Oh, wir haben eine ganze Gang. Die Bock... Ach, Bockling Gänge. Nicht Gang. Der Gang. Verbindet verschiedene Nester und sind eine natürliche Schutz vor Fressfeinden. Bockling können täglich fünf Meter weit graben. Sie arbeiten in Hecheln oder großen Rudeln zusammen. und verbringen etwa ein Drittel ihres Lebens mit dem Bau ihrer komplexen Gangsysteme. Ah, die haben Hobbys für... Die haben ein Hobby fürs Leben. Das ist nicht... Verkehrt. Ihr seid so süß. Ihr seid wirklich unglaublich süß. Aha. Ich will wissen, was hier unten ist. Hallo, Kleiner. Hallo. Hey, so die süß. Oh Gott, so die süß. Die sind so süß. Ah, da komme ich noch nicht. Nein, das geht noch nicht. Dann kann ich aber nicht viel machen, ne? Nee, kann ich nicht. Der Bockling kann aber... Na gut. Dann reisen wir doch erst mal. Und wir kriegen ja neue Fähigkeiten. Wenn wir mal eine Runde und richtig guter neuer Fähigkeiten aufgerüstet haben, machen wir nochmal einen Gung über die Insel. Na? Hab ich. Ihr wusstet vom BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. Oh, BD1, das ist Grease. Hey, Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter. Von meinem Sofa. Geh weg, geh weg. Raus hier. Das ist BD1. Einer von uns. Mir egal, zu wem er gehört. Hast du ne Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Protoligewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sefo. Ein Jedi namens Inor Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holokron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Droiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Borgano. Halt, Moment mal, Moment mal. Ein Holo, was? Holokron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaub, ich hab eins hier. Nutzte die Macht. Huch. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Huch. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holokron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datum ihr gesagt und über eine Seppo-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Wofi? Datumir oder Seppo. Du hast die Wahl. Ja, da haben wir es. Ich halte den Vorschlag, machtbegabte Kinder zu finden und zu versammeln. Das ist für schwierig. Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Das ist doch eins a Rocket, oder? Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Na dann. Gut. Mal sehen, ob ich welche finde. Hm, mir ist schon klar, dass die Jedi alle denken, Anakin wäre tot. Kaum einer weiß, dass... Ich glaube, keiner weiß, dass Darth Vader, außer Obi-Wan, dass Darth Vader Anakin ist. Aber auch der dümmste Jedi dürfte mitbekommen haben, dass an der Macht des Imperiums ein echt heftiger Machtnutzer ist. Nicht nur die dritte Schwester oder die zweite oder wird auch immer von eins bis neun sucht sich aus. Die da unterwegs sind. Und die war ja schon heftig stark. Ken hatte ja kaum eine Chance gegen sie. Und mal ganz im Ernst, was will Ken einem erzählen? Er kann doch noch nicht ausbilden. Kann ja nicht. Da ist er noch weit von weg. Wohin fliegen wir jetzt? Hm. Vielleicht hier? Ich glaube, wir gucken uns erst Darth Vader an. Aber wir können sehr wenig auf Darth Vader machen. Ne, wir machen uns erstmal an das Hauptziel. Und nach diesem Hauptziel werden wir uns Darth Vader angucken. Machen wir nächstes Mal. Wir haben also einen Plan, den wir nächstes Mal beginnen, in die Tat umzusetzen. Ich halte den für waghalsig und vielleicht auch dumm. Aber gut. Ist ja eben mal so eine Sache mit Machtnutzern. Ich finde es, wie gesagt, sehr schwierig mit Gut und Böse und alles sehr schwarz-weiß. Das ist, glaube ich, so ziemlich der einzige Fehler, den Star Wars als Universum einfach hat. Und da kann mir jeder auch sagen, was er möchte, dass diese Macht gar nicht richtig ausgearbeitet ist. Dass bestimmte Sachen dann auf einmal direkt als böse gelten. Und wenn du die Balance nicht hast, dass du gut oder böse bist. Ich glaube, dass jeder Mensch hat eine Tendenz, ob er eher dazu neigt, böse Dinge zu tun oder gute Dinge zu tun. Und ich glaube, dass ein Mensch, der generell dazu neigt, gute Dinge zu tun, gar nicht mal so einen heftigen Kodex braucht, um unbedingt auf der guten Seite der Macht zu bleiben. Und ich glaube, dass ein Mensch mehr in der Balance ist, wenn er eben auch das Böse in sich zulassen kann. Weil das gehört einfach mit dazu, wenn man das Böse in sich, und ich sage bewusst das Böse, ihr könnt es nennen, wie ihr eure schlechten Seiten nicht zulasst und nicht verarbeitet, könnt ihr die nicht überwinden. So doof es klingt. Aber das Problem bei Eineke war ja unter anderem seine Arroganz. Und er durfte seine Arroganz nie wirklich ausleben. Man hat ihm ja immer gesagt, ey, du darfst nicht arrogant sein. Du darfst dich nicht gut finden. Das machen Jedi nicht so. Hat er dadurch aber gelernt, seine Arroganz wirklich runterzuschlucken? Ich glaube, gerade arrogante Menschen, die von sich selbst viel halten, die werden mit dem Jedi-Kodex eher provoziert, noch schlimmer zu werden, als sie vielleicht ohnehin werden würden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Na gut, jetzt habe ich ein bisschen über die Macht und Eineken geredet und dass ich glaube, dass der Jedi-Orden einen echt heftigen Anteil daran hat, dass er böse geworden ist. Vielleicht wäre er nicht böse geworden, wenn Obi-Wan auf ihn zugegangen wäre und wir einfach mal ohne Lügen hätten reden können. Also, dass Anakin mir in die Wahrheit gesagt hätte und Obi-Wan nicht völlig schockiert gesagt hätte, oh mein Gott, du hast gegen den Kodex gebrochen. Oh, du Schwerverbrecher. Das hätte ihm in dem Moment ja auch nicht geholfen. Es gibt eine Szene im Film, die manche gerne als diesen Wendepunkt bei Anakin bezeichnen, wo Anakin kurz davor ist, Obi-Wan eigentlich alles zu sagen. Die beiden gucken sich an, Obi-Wan weiß auch, dass Anakin ihn anlügt und irgendwas mit sich rumschleppt, was ihn fertig macht. Und ich hätte mich wirklich gefragt, wäre Anakin danach zum Imperator gegangen und hätte sich für die dunkle Seite der Macht entschieden, wenn er in dem Moment mit Obi-Wan doch nochmal einen Tisch gemacht hätte. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nicht, ob Anakin, also ich glaube, er wäre zu retten gewesen. Er hat sich ja hinterher selbst gerettet, 20 Jahre später. Okay, jetzt habe ich aber echt viel geredet. Und er lasst mir einen Kommentar, sagt mir, wie ihr das mit der Macht so seht und wie ihr das mit Anakin seht. Und darüber kommen wir dann noch weiter fachsimpeln. Nächstes Mal geht es an Planeten Sightseeing. Einen wunderschönen guten Tag. Au rei! Und dann kann ich